moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute möchte ich euch zeigen wie die winterfeste herausforderung füge einem schneemann schaden mit einem lichtschwert und einer spitzhacke zu lösen könnt und zwar das erklärt sich ja eigentlich völlig von selbst ich bin dafür bei misty meadows auf dieser kleinen insel gelandet das einzige was ihr machen müsst leute einfach eine spitzhacke nehmen gegenschlagen und schon ist die herausforderung fertig bei mir wird jetzt um links nichts angezeigt da ich diese herausforderung schon gemacht habe aber vielleicht braucht ihr da ein oder andere und euch noch hilfe und deswegen das video falls es euch gefallen hat lasst doch einen daumen nach oben da ein abo wäre nicht schlecht ansonsten leute bis zum nächsten mal